Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns das Genitiv-Objekt im Deutschen genauer an. Hierfür sehen wir uns zunächst an, was dies überhaupt ist und wie du diesen in einem Satz erkennst. Anschließend verdeutlichen wir dies nun noch einmal an ein paar Beispielen und zu guter Letzt fasse ich dir noch einmal das zusammen, was du unbedingt aus diesem Video mitgenommen haben solltest. Doch was ist denn nun ein Genitiv-Objekt überhaupt? Das Genitiv-Objekt beantwortet in einem Satz die Frage wessen. Dabei ergänzt dieses Objekt das Prädikat bzw. Verb um eine wichtige Information, wobei es nur wenige Verben gibt, die ein Genitiv verlangen bzw. erlauben, wodurch dieser Fall äußerst selten verwendet wird. Hierbei gilt es zwei Punkte noch zu beachten. Erstens besteht das Genitiv-Objekt meist aus mindestens zwei Wörtern und zweitens ist dieses Objekt entweder ein Nomen oder Pronomen. Um diese ganzen Informationen nun besser zu verstehen, verdeutlichen wir diese nun an ein paar Beispielen. Zunächst, sie enthält sich ihrer Meinung. Hierbei ist das Genitiv-Objekt ihrer Meinung. Diese gibt darüber Auskunft, wessen sie sich enthält und beantwortet somit die Frage wessen. Nun ein weiteres Beispiel. Er überführt sie des Diebstahls. Hierbei ist das Genitiv-Objekt des Diebstahls. Dieser gibt darüber Auskunft, wessen er sie überführt und beantwortet somit auch die Frage wessen. Doch was solltest du nun unbedingt aus diesem Video mitgenommen haben? Und zwar, dass das Genitiv-Objekt die Frage wessen in einem Satz beantwortet. Dieses Objekt ist entweder ein Nomen oder Pronomen und kann von einem Artikel und oder ein oder mehreren Attributen ergänzt werden. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angesehen hast, doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiterzuhelfen, benötigen wir dein Feedback, was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür.